Ich hasse keine Leute, die sind die alle. Yo 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 Leute und Halle und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme Heroes & Generals mit Markus und Futur. Juhi, und ich werde vielleicht wieder beschossen und wo ist das? Hallo und ihr seid scheiße. Und ich fäng schon wieder in der Eintritts-Warteschlage. Das ist das Wort zum Sonntag. Na, was ist das Sonntag? Wo seid ihr am Montag? Es ist aber gerade eben, glaube ich, Samstag. Ja, es ist Samstag. Markus, du bist Samstag. Samstag. Jo, ich kann auch mal ein Forder. Ich habe die Funkkipps endlich mal verteidigt, damit ich auch mal spornen kann. Boah, Gott, das ist ein Scheiß-Auto. Ja, komm, ich weiß, mit meinem Auto, weil ihr könntest... Ich habe doch ein Auto. Ja, aber ich weiß mit meinem Auto. Und mein Auto kann nicht über das Auto umfahren. Was ist das für ein Scheiß-Auto? Ich spawn bei Futur. Ja. Was nehme ich? Ne, ich nehme meinen anderen. Engor Faust. Engor Faust. Das ist ja der riesige Map. Oh Gott, nicht? Guck auf die Map. Map? Ja, die kleine Map da wieder. Sven, äh, Markus, komm wir fahren. Oh, mein Auto trifft jetzt. Komm schon, rein. Inso schieß. 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 Immer nur schießen. Hey, wie komme ich jetzt hier durch? Durch die Straßensperre. Was ist das für eine Kacke? Ja, scheiße, ich bin tot. Sei dir tot? Ja, warte, komm auch noch. Bin noch tot. Ja, versammt. Jetzt kommst du mir noch mit zu einem Busspock. Ich feine jetzt um. Hoffentlich. Reche uns. Nein, hab ich nicht geschafft. Das kannst du. Ich bin auf euer Auto gelandet. Schau, du bist auch gestorben, du man. Geschlecht bist du. Ja, ich bin genauso gestorben wie ihr, also ihr seid doch nicht. Was ist das? Scheiße bist du. Nur, dass ich nicht mal geschützt dabei hätte. Mit geschützt wäre der Tod gewesen. Ja, ja. In der Stadt wäre ich direkt vor mir auf der Straße. Die hättet einfach nur schießen müssen. Genau, sind wir wieder schuld, ne? Tate kein Ganna dabei. Wenn du sind die anderen schon. Ja, mit dem Ganna hätte ich den Tod bekommen. Ja, ja, ja. Mir hat's auch mit dem Ganna nicht geschafft. Okay, mein Ganna war auch im Zweifel. Ja, der Markus ist auch ne Pfeif. Wie kommt noch umfällst du den ganz geschützt? Oh Gott, schon wieder tot. Ja, ja, und du soll's besser sein. Ja, ich hab's gesehen, er ist gerade umgefallen. Ja, mit dem Headshot sogar. Ja, ich nehm' das Fahrrad braucht. Ja, nehm' ich mit Markus, ich bin hinter dir. Jetzt muss ich jetzt warten, bis zwei tot sind. Am besten jetzt, weil ich stirbt jetzt gerade mal kurz und dann kann ich spielen. Ja, ja, wir sind gar nicht. Oh, Markus! Ich hab' keinen Bock mehr! Sorry! Sorry, aber ich hab' keinen Bock mehr. Aber das ist jetzt eigentlich die letzte Folge, wo wir eigentlich Anlauf nehmen. Ja, wo wir halt zwei Leute auf der WA. Ja, die letzte Folge. Danach kommt quasi nur noch auf deinem Kanal. Also auf den neuen Kanal. Eben, und dann kann ja abwechselnd einer aufnehmen. Man muss nicht immer jeder aufnehmen, das ist ja praktischer. Ja. Also, als wir jetzt schauen, dass das Infovideo bis Samstag raus ist. Natürlich, das liegt ja neu. Ich verstehe die Leute ja nur im Bahnhof. Echt so? Oh, scheiße! Und das wird, das wird scheiße sein. Ja, dann kriegen das hin. Infovideo, das schneide ich im Würzburg geschwind zusammen. Oder auch nicht. Ja, BÄM! Wenn ich verstehe, deine Leute Bahnhof, weil wir Wolltsburg aufnehmen. Ja, gut. Aber war jetzt hab ich ein Verbündeter mit der Granateverletzten, fast getötet. Tasse diese... Nein, ich liebe sie. Boah, wir sind so wieder! Ich habe keine Leute von hinten! Der Puls war verpiss dich! Boah, was ist das für eine Hure? Ich stehe auf da, danke ja! Es soll werden den nächsten Punkt gecaptured und dafür zwei Minuten drauf bekommen. Oh, Mann! Oh, Mann! Das ist so scheiße! Nur weil ich der verbindet, der auch so wenig Leben getötet hat, habe ich nur noch einen Schuss jetzt quasi überlebt. Von dem Scheiß jetzt hier im Haus, einer hat mich von hinten getötet. Das ist Spann. Er bekommt gerade Zeit ohne Ende drauf. Ich glaube schon, könnt ihr mal die Punkte verteidigen. Alter! Alter! Alter Junge! Das ist jetzt mal die Punkte verteidige ich das Borde. Nein, ihr verliert den Punkt natürlich. Futter sollte ich mit dem Auto abholen. Ja, wenn ich wüsste, wo der ist, wo mich dauernd umbringt, ja. Ich bin hier. Und was schießt denn da? Kommst du mal zu mir? Warte doch nicht! Ihr Spann. Oh, Alter! Boah, alles zu lang. Das ist ein Lack. Das ist ein Mörser hinter dir. Warte auf mich! Nein, da ist schießen, Mörser, Alter! Okay, ich war ein Vollgas. Er trifft eh nicht, warte, ich bin da! Die werden schon abgeschaut. Boah, jeder Junge! Boah, jeder Junge! Ja, weil, das ist ein Panzer! Ey, Mörser jetzt im Panzer, du bist einfach schlecht! Das ist ein Panzer, M5-1-Stuart! Oh, ein M1-Geran hat mich gekillt! Jaaaaah! Das kann ich dafür, wenn du sie fachst! Das kann ich nicht spielen, ne? Ja, oh, dann werde ich noch weitergefahren, Alter! Ja, genau! Markus, genau! Werde ich noch, werde ich noch einfach weitergefahren, ey! Mann, da werde ich jetzt nicht tun! Ja, wir greifen jetzt O1 an und dann gewinnen wir die Scheiße einfach! Ich hab's euch gesagt, dass ihr weiterfahren sollt, aber nein! Äh, ja, genau! Ich hab' ich glaub' ich falsch verstanden! Das ist auch nichts! Das ist immer zuhört! Warte! So, jetzt zu O1! Sven, warte auf mir! Ja, ich warte jetzt auf dir! Foto warte auf mir! Lässt mich auf dir drauf und dann warte ich auf dir! Ja, gut oder so! Wo bist du? Heißt, ich bin bei O1 im Capture grad! Ja, ich mein' deinen Kollegen! Kollegah! 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 Ja! Ich hab' schon mal die Granate Handgriff bereit! Handgranate, Handgriff! Das ist ein richtiges Tier! Sobald jetzt jemand reinläuft, schmeißt ich die Granate jetzt so dringisch aus! Ja, wenn ich das jetzt bin! Ja, dann bist du tot! Ich geh' aber auf Punkte! Wo gibt's hier Punkte? Alter, schießt ihr gerade auf mich? Du siehst halt so gefährlich aus, so amerikanisch! Ja, wo er nur verbindet den Punkt drin sind, sehe ich amerikanisch aus! Mhm! Natürlich! So, wir gewinnen jetzt das, weil wir auf dem Server sind, kriegen wir uns am Arsch! Wir gewinnen grad wirklich! Ja, Sven hier, Markus hier! Schnell! O2! Und wir Captured! Das ist so gut! Voll geht mir! Schau mal an! Wir haben sogar die Zeit überholt, das schaffen wir fast nie! Oben mit der Leiste! Wir machen, dass die Zeit rückwärts läuft, ne? Ja, das geht! Kannst dir ja dauernd wieder zwei Minuten mal an! Jetzt machst du mal eine schöne Pornade kaputt! Ja, natürlich! Das ist eine Klugscheißerei hier! Ich will nicht durch die Doppeltür gehen! Ach du, das geht da! Da rennt einer! Da bin! Ja, endlich! Ich bin mal weg! Da rennt der Nächste! Ich bin bei O2, Alter! Ich hab einen auf dem Dach, wo einer gestanden ist, in so einem Spacken! Hier und so genau noch welche rum, die soll dich mal jagen gehen! Also das Dach ist clean! Ja, Captured ihr gerade, weil da lege ich mich hier außen hin und nach Wache! Ich... Ich... Lege mich mal da hin und schlafen rum! Ja, ne, weil ich weiß, von wo die Gegner kommen wird! Weil ich kenne den jetzt vor, das ist das Problem für sie! Ich kenne den jetzt vor, das Spiel einmal gespielt! Ich spiele, weißt du, das Sporn ist! Ja, aber da mache ich Sporncamping! Ja, so wie es die anderen halt auch überwachen! Ist aber so! Ja, ich weiß! Ich hab schon zwei Leute angeschossen! Drei Leute angeschossen! Ich hab O2 gleich gekämpft! Ja! Dafür denken wir gerade ab! Und ich werde abgeschossen! Ich bin gerade so hoch! Ich bin tot! Hallo Leute, ich bin tot! Naja, hier kann es ja nicht das! Das sollten sie mal implementieren! So schafft ihr es jetzt aber! Ja, ja, im Zweiten Weltkrieg mit... Ey, wir verlieren gerade O1, ne? Aber dafür haben wir wieder zwei Minuten drauf gekommen und doch wir verlieren gerade O1! Es ist egal, wir gewinnen! Ja, wir haben gewonnen! Nein, wir müssen auch immer gewonnen! Ja, wir haben gewonnen! Ja, wir haben gewonnen! Ja, genau! Aber irgendwie hab ich nur eine... Ne, ich hab nur so drei Gegner gesehen und irgendwie... Oh, Markus spielt jetzt der Heroes of the Generals! Also ich geb vier Sterne, vier Sterne! Ja, ich geb fünf Sterne! Das war doch ne Krass! Fünf Bader! Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal! Servus und ciao! Und ciao! 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 Guys, Guau-